So, wir sind hier bei Terrons Wacht, sind jetzt dann noch hier hingeschickt worden, nehmen jetzt erstmal die Quest hier an. Aushöhlung, findet sechs Hinweise in der Winterpelzhöhle. Aggressive Selbstverteidigung, tötet sechs Winterpelz-Fuhrbolts. Und hier drüben. Entlaufene Werkzeuge, rettet sechs entlaufene Werkzeuge. Ach, die sind hier drüben, ach, da drüben zum Beispiel. Hallo, nein, nein, du brauchst keine Angst zu haben. Ich finde es schlimm, dass die auch noch abhauen. Ich sehe nichts. So, zwei noch. Da haben wir noch keine Ahnung, was das ist. Ein Ouija-Brett. Ich wollte ja auch die ganze Zeit Phasmophobia aufnehmen. Ja, ich habe bei Phasmophobia noch gar nichts gemacht. Also, ich habe mal kurz eingeloggt, mich ein bisschen umgeschaut. Brinnhilde pfeift euch zu. Wer ist denn Brinnhilde? Okay, also, dann können wir jetzt hier hoch in die Winterpelzhöhle gehen. Ich sehe hier Kräuter, da muss ich hin. Hochblume. Ja, kriegen wir keine Punkte mehr für. Ja, ich finde es irgendwie doof, dass wir jetzt wirklich nur noch Punkte für diese golden angezeigten kriegen. Finde ich etwas blöd. So, da. Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Okay. Also, ich sage mal, diese Quest ist wahrscheinlich auch kacke, wenn man noch Erfahrungspunkte sammelt. Weil man halt auch keine Erfahrungspunkte fürs Nicht-Kiln bekommt. So, ich suche mal noch mal nach Hinweisen. Hier drüben vielleicht. Da ist noch ein Hinweis. Ach, ne, den hatte ich schon. Dann nehmen wir da drüben die gleichen noch als Hinweis. Und da oben. Einmal hier vorbeischleichen. So, beide Quests abgeschlossen. Ich würde halt schon gerne wissen, was wir erzählen. So, Tag, Schirrl. Ein Moment der Geduld. Helf bei Sonovas Übersetzung. Atmet die Töne des knurrenden Fuhrburgs bestmöglich nachbrüht laut und hebt die Arme hoch, um einen Bären zu imitieren. Wir machen das hier. War das mit G, G, C, H oder G, O, Gott? Abendmöglich, bestmöglich nach, was ihr gehört habt. Hoch in der Luft herum, während ihr zuhört. Und das Knirrchenberg ganz mit den Backen Zähnen. Mögen eure Reisen sicher sein. O, Gott. Man sieht sich. Äh, Eishöhle in Sicht. Untersucht die Eishöhle. Was mit euch. Also müssen wir jetzt hier rein. Hehe. Sturmbinderin Rineya getötet. Echt jetzt? Nein. Boah. Tja, musst du wohl selber ran, Fräulein. Wie lang geht denn der Scheißschild noch? Nee, 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 nee. Das kannst du abhaken, Fräulein. Oh, oh. Boah, Leute. Ja, ich gehe ja schon. Ja, ich gehe ja schon. Unfreundlich. Aber wir haben Ruf bei denen gekriegt. Das ist schon wieder sowas wie die Winterfeste in, äh, zwischen Teufelswald und Winterquell. Hallo. Äh, Crit. Hm. Brauchen wir eigentlich nicht. Man sieht sie. Winterpelzhöhle abgeschlossen. Okay. Seid auf der Hut. Plünderer der Primalisten, erobert Vorräte von den Primalisten zurück. Ehret ihr Opfer, bringt persönliche Gegenstände von den gefallenen Winterpelzfuttersammlern. Okay, dann müssen wir jetzt hier hin. Okay, wir müssen jetzt erstmal die hier killen. Ja, was mir gar nicht gefällt, weil... Reflektierende Haut. Krieg ich wieder Schaden. Ja. Mach du mal schön deinen Inferno-Umhang. Der kann ja nicht ewig halten, ne? Oh, und der hat schon wieder einen Umhang. Das gefällt mir gar nicht. Naja. 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 Wir killen erstmal da, wo auch Leichen dabei liegen. Naja. 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 jedes mal ein stopps darfst du gerne immer wieder kommen ich brauche mehr energie und keiner von den beiden hat was getroppt oder ist auch noch einer ich trottel habe natürlich vorher schon meine combo punkte benutzt ok da haben wir alles da brauchen wir jetzt noch 3 zwei was machen die marodeure ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen ja das war klar ja ich wollte einfach mal austesten ob wir wirklich eingefroren werden so dann immer noch die und ich hoffe die troptes dann haben wir das auch natürlich nicht wie sollte es auch anders sein gut dann immer den hier der hatte glaube ich schon mal 1 ich will das rap da reflektieren weg mit und er hat auch diesmal 1 gut dann können wir die ques auch direkt mit abgeben was kann ich für euch tun mögen eure reisen beenden jo wir sind jetzt schon wieder bei fast 15 minuten ich würde sagen wir machen dann morgen hier weiter